Oh, Creeper, ne, ja, danke. Ähm, ja, Brightness ist auf dem höchsten, damit ihr auch schön was sehen könnt. Mal schauen, wie das dann ist, so am Ende. Da ist ein Tintenfisch. Ähm, ja, es wird dunkel, ich gehe mal zurück. Ihr werdet vielleicht merken, dass ich nicht so oft sprinte. Oh Gott, ich habe gar nichts mehr, ich habe kaum noch Hunger, ich habe Hunger langsam. Mein Gott, ist diese Welt und, äh, durchgehöhlt, ja. So, wir wollen uns hier am besten vorm Haus ein bisschen, ey. So, wunderbar, noch vorm Spawn. Der Gegner, das ist immer sehr schön. So, ich möchte mir jetzt erstmal gerne ein bisschen Kohle und Stein, das ist ganz wichtig. Da hoch, okay. La la la. So. Hm, wie komme ich denn da mal so gut hoch? Wie kann man hier, Moment, so. Dann zwei nach oben. So. Und da haben wir schon Kohle. Beziehungsweise schon. Na ja. Diese Betten sind wirklich sehr, sehr praktisch. Also muss ich wirklich sagen, das war eine sehr, sehr gute Idee. La la la. Dann bauen wir ein bisschen Kohle ab. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Ausdauer ich bei Riesenprojekten habe. Ich muss sagen, ich bin nicht so super, duper, äh, wie heißt das hier, kreativ. Also, ich kann mir zwar einige Sachen so vorstellen, was ich machen möchte, aber so, ja, Verzierung und so sehen bei mir eigentlich noch gleich aus. Das ist auch ein bisschen das Problem, dass man bei Minecraft halt nicht so viel machen kann, so, so ein großer, so groß unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, kriege ich schon hier ein bisschen was hin. Yeah, Style für Musik, ey. So. Falls ihr noch irgendwelche Musikideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Freue mich drüber, genau wie auch bei, natürlich bei Let's Play Ideen. Äh, äh, Aua, Bein gebrochen. Äh. So, ich sollte vielleicht mal mir ein Schwert machen, um... Oder, Moment. Diese blöde Spitzhack muss eh weg. Nee, hört man, MadMoss. Ach, aber Hühnchen sind kacke. Boah, wir sind schon Level 1. Unglaublich. Hier. Die sind immer gut. Ich liebe es, Kühe zu schlachten, weil da gibt es immer richtig viel. Beziehungsweise manchmal. Nicht immer, aber manchmal. La la la. Ey, lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Ey. Nein. Warum auch immer, ähm... Ey, 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 ey. Die... Ja, gut. Ähm... Oh Gott, ich brauche... Ich brauche was zu essen. Warum auch immer, wenn man hier... Hm, zu wenig. Äh, nee, nicht man, sondern warum auch immer hier... Eine Holzspitzhacke Kling macht. So. Mann, ist das leise. Mh, mh, oh Gott. Das ist nicht so leise. Hat ich das nicht schon? Moment. Ja. So, so, so. So, so, so. Hm, 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 hm. Wieder Rollercoaster-Takoon-3-Musik. Da habe ich mir auch schon so überlegt, so ein... So ein Nebenprojekt zu machen. Einfach mal so ein eigenes Szenario. Äh, und dann, ey. Moment, ich drücke mal eben was. So F10. Ach, ja gut. F9 war ja bei mir. Aufnehmen. F10 ist ja... Ja gut, auch aufnehmen, aber... Ist der Creeper noch da? Hallo? Herr Creepermann? Hallöchen. Ah. Gut. Oh, geil, Mann. Aber die, die Map ist geil. Muss ich sagen. Hier, wie man sieht. Ähm. Das Kies, äh, das Geröll, nee, ja, der Kies. Gravel, Gravel, wie man es nennen möchte. Ich werde es wahrscheinlich ab und zu Gravel nennen, weil ich halt einfach so krankgeschädigt bin. Ähm. Ihr werdet wahrscheinlich einige Sachen manchmal hören, wo ihr dann sagt, ööö, mach Gronkh nach und so. Weil ich einfach so extrem geschädigt schon bin. Das ist echt... Nicht, dass ich das schlimm finde, aber ich merke das ganz deutlich, wie, wie groß der Einfluss von, äh, Gronkh auf mich ist, so. Aber die Welt ist schon ganz geil, ne? Ups. Ups. Hm, hm, hm. La, la, la. Hallöchen. Ach nee, von hier, hier bin ich ja durch, ne? Genau. Sehr durchlöcherter Berg. So, diesen ganzen Berg hier werden, nee, den Berg hier werden wir abtragen. Dann bauen wir da ein kleines Häuschen hin. Einfach nur, um das Let's Play zu strecken. Oh, wie geil! Also, die Welt ist... Sieht schon gut aus, ne? Allerdings problematisch kaum Bäume in der Nähe. Da haben wir zwei Bäume, da ist ein Baum, den werde ich mal eben... So. Ich hab auch den... Moment, das machen wir hier, so. Hab ich auch den Autoswitch-Mod. Und, ähm, ja, halt, da wechselt er automatisch auf die, äh, auf das Werkzeug, womit man das eben am schnellsten... Und ich glaub, wenn man das nicht hat, das Werkzeug, dann wechselt er automatisch aufs Schwert oder so. Keine Ahnung. So, warum mach ich die Tür zu? Warum geh ich hier rein? Was will ich hier? Hilfe! So. Wir wollen natürlich unser Haus ein bisschen vergrößern und wir wollen natürlich auch ein bisschen, äh... Ja, genau, ich baue mir erstmal eine kleine... Einen kleinen Ofen, beziehungsweise sogar zwei, glaub ich. Oh yeah, Dragon Ball Z. So. Ähm... Dann geh ich erstmal eine Runde dort jagen. Kühe. Weil hier grad so viele sind. Mmh, yummy. So, dann bin ich, ich weiß, wie viel ich hab. Ich bin ja auch mal gespannt, ob ich hier irgendwann mal einen Content-ID-Treffer krieg wegen Liedern oder so. Aber dadurch, dass ich ja eh gar nicht Monetarisierung machen kann, weil ich ja zu jung bin. Ja. Mach ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich halb genug bin. Hm, zwei Jahre, nee, anderthalb Jahre. Ich bin ja schon 16,5. Ich bin so stolz. Nicht. Lala. Wenn ich das immer zu essen krieg. So. So. So kann ich da sein. Ähm, yum, yum, yum. Was wollen wir... Ich möchte eigentlich gern, da hinten steht noch ein Baum. Ich glaub, ich pflanze gleich mal ein bisschen was. Ein paar Bäume hier. Damit ich ein paar... Ähm... Dinge hier krieg. Da hinten. Ach ja, richtig. Wir waren ja hier in der Nähe vom... Ach, da wechselt er automatisch auch aufs Ei. Finde ich ja auch nett. Ähm. Da hinten waren noch eigentlich relativ ein paar Bäumchen. Ja, ich weiß nicht, ob das noch lohnt, da hinzugehen. Ich werde jetzt mal erstmal hier... ein bisschen pflanzen. Also wir haben hier ein bisschen Lehm, aber Lehm ist ja auch nichts Besonderes mehr. Hier kann man übrigens durchgucken, durchs Lehm. Durch ein Lehm. Und zwar sieht man dann... Moment. Ich kann jetzt halt... Noclip. So sieht das ungefähr so aus. Ne? Nur um zu zeigen, dass... man da halt durch die Welt gucken kann. La la la. So. Ich möchte jetzt endlich mal was ordentliches essen. Den letzten nochmal. So, dankeschön. Das ist so. 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 Und dann wollen wir... Da hätten wir eine Wüste, wenn ich das richtig sehe, ja. Hier haben wir noch ein paar... Zettlings. Ja. Ähm. So. So, ha, es wird dunkel, es ist gut, ja, es ist gut, I can only sleep at night, so, wollen wir uns mal vier Fackeln machen, unsere ersten Fackeln ist das nicht wunderschön? Die Grillen sind selbstverständlich, ich kann auch schon pennen gehen, Mann, die Hand da!